Du hast das Zelt von deiner Mutter dabei und Dosen-Ravioli. War ja klar. Das People-Magazin, okay, Star? Wir fahren auf eine verlassene Insel. Ich freue mich, dass wir hier sind. Ich freue mich auch. Glaub mir, Süße. Hi. Hallo. Cool. Was macht ihr eigentlich hier draußen? Hier fährt sich sonst keiner mehr hin. Und woher kennt ihr Jungs euch eigentlich? Wir haben zusammen den Militärgedienst in der Armee. Wie lange ist es her, dass ihr da wart? Ungefähr 18 Tage. 18 Tage? Ist der Wahnsinn. Wo bist du? Warte. Was hat sie getan? Henry? Nimm dein scheiß Gewehr. Was? Du verflutet Arschlach! Lauf, Henry! Das sind Soldaten. Sie wurden ausgewertet, Menschen zu töten. Sie werden diese Insel verlassen. Wir kriegen euch! Ich werde euch alle drei töten!